Öfft, offen starten. Perfekt. So, kommen zurück zu Genshin Impact. Heute haben wir wieder sie und sie hatten eine neue Waffe, wie man gesehen hat. Äh, hier. Ich habe hier eine neue Waffe gegönnt. Äh, heute, gleich zu Beginn, habe ich für unseren Schmied noch diese Aufgabe da zu erledigen. Vielleicht auch nicht. Das mache ich vielleicht ein anderes Mal. Ich habe, ähm, Gebete zu erfüllen und hier noch ein paar Zutaten abzuholen. Dann ein bisschen Zucker herstellen. Dann, neues Rezept erlernen. Ja, durch von den Spieß nochmal, weil ich hier hoch mache. Da kann ich alle machen. Perfekt. So, dann, gucken wir, was wir so Neues kriegen, weil ich habe das hier. Das habe ich nicht mitgezählt. Das habe ich nicht mitgezählt. Aber die ist gut. Passt. Ich dachte, ich kriege jetzt die hier. Aber die ist auch nice. Die ist auch gut. Mittlerweile. Die hat Feuer. Und dann hinter. Und dann hinter. Was hätte ich denn sonst hier so kaufen können? Nichts Interessantes. Das hier vielleicht. Das hier. Ich glaube, ich brauche noch für irgendeine Waffe, um upzugraden. Perfekt. Das reicht sogar noch für eine zweite Runde. Aber noch lila. Also eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Ah, genau da haben wir sie. Ich habe nämlich bei den Dungeons in der letzten Folge was, glaube ich, mit den beiden gespielt und fand sie ganz okay. Ah, gut halt. Die haben beide so, äh, so Riesenschwör an Dornen. Oh, das ist ein Kindesmöheer. Das ist ein Kindesmöheer. schluss schluss ich glaube für dich war das gern perfekt dann kann ich bei ihr die Waffe hochballern hier habe ich zwei Schwerter schon extra für die beiden anderen eigentlich hatte ich dieses Schwert für diese Eisprinzessin da mit dem blauen Haar hätte ich dann dieses Schwert gedacht ich muss gleich mal alles hochballern damit sie richtig loslegen kann ich müsste sie richtig abgehen zum Verstärken brauchte sie so was was sie dann zum Anlegen benutzen ich gebe da eigentlich schon was ein was sie dann zum Anlegen benutzen das was halt so ein vorderster Front ist dann haben wir diese Ausrufe Zeichen es ist gut sie ist für die Konkurrenten zu ähm für die Konkurrenten zu ihr hier äh so bricht sie du kriegst das hier eigentlich würde das hier besser zu dir passen aber wenn ähm ich die blaue Haare habe kriegst du das Schwert und wenn ich dann ein besseres Schwert für sie habe dann äh kriegt sie das hier ne warte wenn ich ein besseres Schwert für sie habe dann kriegt sie das äh bessere Schwert so würde ich es jetzt sagen was braucht Stuten auch das da die leuchtende und zwar die Ausrufezeichen weg machen und die Artefakte ausrüsten äh das da Ich habe bald keine blauen Federn mehr. Oder was heißt hier bald? Ich habe schon gar keine blauen Federn mehr. Das einzige Stürz, mich an der Stürze in die Rennzüpfel hier. Das ist ja auch ganz normal. 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 So, dann gehe ich mal drüber. Ich bin schon mal drüber. Ich glaube, ich bin ein Problem. Ich denke, ich bin ein Problem. Ich glaube, ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Ich bin ein Problem. Dann habe ich zwei Feindkämpfer und zwei Nahkämpfer. Die kleinste und die größte. Ne, die ist ja fast so groß wie sie. Achso, ich kann die gar nicht hochstufen, weil ich habe gar keine, ähm, hohe Stufen, Stufungsmöglichkeiten gerade. Ähm, also wird dann, ähm, hatte ich letztens doch, irgendeine Herausforderung, die ich mit euch gemacht habe und das könnte ich gebrauchen. Ich glaube, Embo Lee hatte, ich hatte mit Embo eine Aufgabe. Sekunde. 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 Bevor ich da hingehe, um die Aufgabe zu machen, gehe ich nochmal kurz nach. in die Länge. Um, äh, so Dinger zu holen. Diese Steinchen, um die Waffen aufzurüsten. bei dem, äh, hier. Waffen aufzurüsten. Hallo. Hallo. Ja, gut, ich hab noch genug. Ah, da tue ich gleich mal Adi eintauschen. Dann muss ich warten bis sie wieder zur Verfügung stehen. Ah, also dann wieder zur Waffe. Und dann tue ich sie bei dir versterben. Und dann ballern wir wieder alles rein. Dann hat sie auch ordentlich Power mit ihrem Spion. Dann habe ich jetzt zwei epische Waffen auf Stufe 40. Könnte es sein. Was kommst du eigentlich? Ah, ok. Oh, kann sogar hergestellt werden. Naja, mache ich dann privat. Dann wieder zurück switchen. Dann schaue ich die Verkauf. Dann gehen wir mal. Ich muss aber trotzdem meine Haupttruppe nehmen, weil Amberley. Andererseits könnte ich dich kurz wechseln, falls ich... Ich muss es gut sein. Ich muss es probieren. Hallo. Wer ist das? Wer ist das? Ich bin der Leiser, wir sind uns. Du bist... Du bist... Du bist... Du bist so ein Mensch? Ja, ich... Was? Du bist nicht mit einer Beziehung? Äh... Gut und heiß... Ja, das ist sie wirklich. Ihr kennt euch also nicht wirklich? Ich zieh, sie ist rot, aber nicht heiß. Du bist so ein Mensch. Du bist nicht mit einer Beziehung. Du hast nicht mit einer Beziehung? Du bist nicht mit einer Beziehung. Das ist das, was sie. Du bist doch schon ein Mensch. Du bist ja? Ich bin ja. Ich möchte dich doch. Ich habe einenあner natomiast. Ich habe noch eine dense Zeit. Hm? Ich glaube, aber ich möchte etwas sagen, was ich... Es ist ein Geräusch. Los geht's! Wieso? Die Leute, die Böden haben sich geholfen? Ja, wirklich? Rupika Ah... Das ist kein Mensch. Das ist ein Mensch. Aber... Aber... Das ist nicht so... Das ist nicht so... Sie haben sich... Sie haben sich nicht selbst... Das ist er. Wer ist er? Wer ist er? Ich bin der Land. Wer ist er? Wer ist der Land? Wer ist der Land? Das sollte... Ich habe noch eine Beleutung gefunden. Geht euch mal. Ich habe noch einen Rund. Es gibt einen Rund. Ah, ich werde noch einen Rund. Ich habe noch einen Rund. Ich würde noch... Ich würde noch... Ja, blablabla, blablabla. Ich kann heute irgendwie nicht, um zu tun, mal heute. Also ich jetzt da durch, war Trim. Ja, ja! Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Gibt ja die Wege, die, die wir mit denen im Eis es so Mount Quant 쿠,�unu, viele, 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 viele Leute cool sind geGI now ein bisschen mit dem Kal subjects und genau das ganze Samöß Pac USB ist so einemerings 26 Computer. Das war's für heute. Das war keine Wolfskratzer. Obwohl doch, könnte sein, von diesem einen Wolfsjugend, der hat ja so eine, äh, der ist schon gestallt. Oh nein. Äh, böse Menschen, fang einen Wolf. Das war's. Ich glaube, das war's. Ich denke, das war's nicht so, aber ich habe den Geist. Das ist nicht so, was ich. Wir, nicht angriffen, wir, nicht angriffen. Wir, nicht angriffen, wir, nicht angriffen. Das hat das Rechte. Wir, nicht angriffen, wir, nicht angriffen. Was ist das? Was ist das Gesetz? Was ist das Gesetz? Das ist das Gesetz von Herrscher von Landen. Das habe ich auch schon gehört. Ich habe es schon gesagt. Kannst du, äh ... Lupika 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 ... Das war doch da unten, oder? Da ist es. Vorsicht anstatt nach sich. Huch, wollte ich gar nicht. Das war's für mich. Das war's für heute. Ja. So. Oder so. Oder ein Kristall. Magisches Kristall. Kenne ich gar nicht. Das ist ein normales Kristall. Und dann schau wir kennen die Kristall. Ja. Kristall Math. Also von dem einsamen. Das ist ja schon wie hier. weit verbreitet. Da muss ich später nicht mehr einsamen. Katzspuren haben. Hab ich vorhin schon gesehen. Ja. 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 Sie haben alles gesucht und sind auf keinen anderen Wölfe getroffen. Das ist ein Gehirn. Der, den wir eben geschnappt haben, hat offensichtlich Probleme mit dem Kopf. N-n-nanda omae? Omae nie Ogaある. Kann ich noch mal begleichen? Das ist das. Das ist ein Gehirn. Der, der von den Wölfen großgezogen wurde. Huh? Huh? Wie steht das? Omae war das? Ich dachte, dass die Wölfe nicht so gut sind, um zu sein, um zu sein, um zu sein. Wie steht das? Wie steht das? Wie steht das? Wie steht das? Ich bin das Mensch. Ich habe das, was ich nicht so gut gemacht. Wenn du die Menschen so gut erinnst, hast du die Mutter vergessen? Was ist das? Das war's, was ich nicht. Ich habe mich nicht gedacht, dass ich mich nicht anrufe. Ich habe mich nicht anrufen, dass ich es nicht anrufen. Ich habe mich nicht anrufen, dass ich nicht anrufen, sondern ich habe mich nicht anrufen. Ich bin ein Traber. Ich kann es nicht lesen, so schnell bin ich gekommen. Ich wollte ihn ausreden lassen, oder? Er hat Eis, oder? Oh, der Blitzer. Ich habe keine Angst. Da hätte ich jetzt die neue Gebrauchte, oder? Ja... Hey! Ich mache mir das super, er ist ein kleines Gebrauchte. Und dein Gebrauchte im Hintergrund? Wie kann das alles anfangen? Aber ich wollte mich jetzt nicht an den, ich will. Wie soll ich das? Das war's für heute. Das ist ein Gericht. Ich bin ein Gericht. Das war's für heute. bei kreide Nein, nein. Da ist noch was, das da. Oh, schweiß, du, schweiß. Fuck. Also ich muss damit die im Schoffen. Ich bin jetzt hierzu. Ich bin erinnert, und es war schon weiter. Ach, der ist hierzu. Ich habe mich irgendwie nie перед Boden, oder? Ich habe mir das abgestattet. Ich bin erinnert. Nichts, ich bin der Gl Нотger Schaffe. 時geräusche, bei dem Blかな, bis zum einen Schrauben. Ich bin der ZD-B-Wopf verfasperten. Ich bin der ZD-B-Wopf. Das war's für heute. Aber funktioniert das jetzt nicht mehr. Die Konsequenzen darf er tragen. Aber, Reza! Aber, Reza! Manj ist nicht mit Blitz. Ja, aber das ist nicht mit Blitz. Hier geht es noch die Füße. Manj ist nicht mit Klaren. Du steckst mit Blitz zu, aber beißt nicht mit Zähnen. Manj ist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Manj ist kein Wolf. Du bist kein Wolf. Du bist kein Wolf. Diese Sache muss die Wölfe unter sich klären. Diese Sache muss die Wölfe unter sich klären. Und das ist ein Mensch. Der Mensch ist ein Mensch. Du bist ein Mensch. Wenn du ein ganz besonderes Exemplar bist. Aber, schau dir es sich jetzt an. Und das kann nicht mehr so gut ziehen. Wenn du das Schicksal anstattest. Und das ist kein Mensch. Das ist ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Aber, Reza! Und das kann nicht mehr so gut sein. Ich bin ein Mensch. Ich bin ein Mensch. Äh, stimmt ja, du hast doch ein paar Tage mit in die Stadt kommen. Äh, was? Achso, du kannst doch für ein paar Tage mit in die Stadt kommen. Äh, stimmt ja. Irgendwo mit dir, dass es auch ein paar vinegabes gibt. Äh, ja. Äh, nein, jetzt weiß ich's. Wenn schon der heiße Ritter kommt, dann ist es, äh, D-Luke. Ich weiß, dass du nicht ... Ich weiß, dass du nicht ... Ich bin nicht sicher. Ich bin nicht ... ... hier ... ... nicht hier. Das ist nicht so gut. ... alles die Lug, ganz bestimmt. Also wie ein Mädchen. Also, jetzt könnte ich wieder Leute aufheilen. Sieht aber cool aus hier. Liege ich dafür dieses Schwert, oder was? Naja, muss ich aber in einem späteren Zeitpunkt machen, wenn ich die Feuerlady habe. Also, die ganz dort hinten, wenn ich die habe. Aber ich tue erstmal die Hochstufen. Äh, ich denke, dann packe ich mal kurz drüber zu ehmrad. Also, meine Treffen laufen nochmal. Gute Musik. Einschalten. Einschalten. ich Wie sieht's hier aus? Da hab ich so viel... Naja, dann sprach ich doch mal was hier. Warte, ich kann's doch eigentlich schon so einlösen. Soll ich jetzt das hier vollballern oder das hier weiterballern? Hab ich halt null oder hab ich schon zwei? Hab ich für die irgendwie... Zehn Tage hab ich dafür noch Zeit. Soll ich bei heute noch zwei. Naja, einmal mach ich hier noch ein Gebet. Um zu gucken, ob ich die hier krieg. Aber ich glaub ja nicht. Und dann, ja... Sehen wir das in der nächsten Folge. Okay. Wie es da hin häust es, äh... Smart Tony. Äh, ja. Buh-bye. Buh-bye. Buh-bye.